Heute führt unser Weg zum Naturkundemuseum in Stuttgart. An einem regnerischen Tag oder natürlich auch an einem nicht regnerischen Tag. Wenn man einfach so ein Stündchen irgendwo verbringen möchte, wo man ein bisschen was sieht und was erfährt, ist dieses Museum eigentlich ganz praktisch. Schaut euch die Bilder und das kleine Video an. Viel Spaß, wenn ihr hingeht! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020